So, irgendwer muss jetzt die Anmoderation starten, also weil keiner sowas sagt, lege ich einfach mal los. Hallo und Willkommen bei Let's Play Together Cube World Alpha! Endlich! Es ist Samstag und wir haben es endlich gepackt, Freunde! Wie sieht's aus bei euch? Oh, ich bin so gespannt auf diesen Titel. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja gar nicht so ein Minecraft-Fan gewesen, aber Cube World, als du das gespielt hast, da bin ich echt so ein bisschen süß, so süß, ich will das auch spielen! Bist du quasi ins Schleudern gekommen? Ja, so ungefähr. Ich bin jetzt mal bei dem Characterscreen, wo seid ihr denn jetzt gerade? Ich bin jetzt noch hier, ich mach jetzt Start-Game. Walle, bist du auch da? Nee, nee, ich bin nicht da. Ja, dann ist ja gut, dann kann man ja lästern. Der Walletini ist wieder nicht da. Ich hab ja, musste ja einen Elfen spielen, wegen dem Gronkh. Was, du, müssen? Du wolltest unbedingt. Der Elf hat ja nur einfach so komisch abstehende spitze Ohren. Ja, eigentlich sieht der genau aus wie der Mensch, ne? Ja, aber nur mit den Ohren sehen cooler aus. So. Also ich nehme auf jeden Fall einen Zwerg, das steht schon mal fest. Das war ja klar. Ich mach, äh, ich mach einen Human Warrior einfach. Ich mach einen Zwergen-Magier, so sieht's aus. Und die anderen sehen irgendwie auch lustig aus, aber alles ein bisschen strange, oder? Ey, mach den Lizard, bitte, Characterscreen, mach den Lizard. Der Frogman. Der Frogman. Nee, es gab doch diesen einen grünen Drachen, der so eine Kinderfigur war. Wie hieß der noch? Flitze Feuerzahn. Ach du Scheiße, jetzt kommt der mit sowas. Der sieht aber echt aus wie Flitze Feuerzahn, oder nicht? Warte mal, Elf. Also mich erinnert der eher, ganz ehrlich, auch der Org, der erinnert mich eher so an Tabaluga. Ja, Tabaluga auch, aber Flitze Feuerzahn gab's auch noch. Oder hier der kleine Griso, der unbedingt Feuerwehrmann werden will. Schön blöd sieht auch der Frogman aus, Saracterscreen. Der Frogman ist auch super eigentlich. Hat der so eine lange Zunge, die rauskommt? Ja, dann ist er eindeutig Saracterscreen. Den finde ich auch gut. Ey, ich mach den Frogman Warrior. Nein, wir hatten natürlich vorher gesagt, wir nehmen irgendwelche bestimmten Charaktere, damit ihr auch unterschiedlich was seht. Ich glaub, der Rumpel, der nimmt so einen Zwergen. Ja, ich nehm einen Zwerg mit einer Monobraue. Ich nehm einen Zwerg mit einer Monobraue. Also, wie jeden Freitag. Wie würde ich jeden Freitag erleben dürfen, quasi. Und der will so einen Krieger nehmen, ne? Und ich nehm jetzt einfach echt mal diesen blöden Elfen. Ich mach mich jetzt einfach selber. Ich nehm einen Zwerg mit Monobraue und Wulfperücke. Was haltet ihr davon? Einen rothaarigen Zwerg. Finde ich super. Passt eindeutig. Ich hab mich jetzt mal selber erstellt, übrigens. Huch. So. Achso, ich muss noch meinen Namen an. Kann man das denn? Kann man sich denn selber erstellen? Naja, also einigermaßen. So wie man denkt, dass man aussieht. Soll ich jetzt braune Haare, also dunkle Haare nehmen? So wie ich ein Real bin? Oder soll ich eher rote Wutperücke nehmen? Das ist eine philosophische Frage. Ich nehm mal die rote Wutperücke. Wir können mir ja gleich sagen. Und ich hab einen Zahn rausgeschlagen schon, weil ich mal auf die Fresse gefallen bin. Zurecht. 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 Auf die Fresse bekommen. Ich bin hingefallen, sagt er. Weißt du? Zuhause häusliche Gewalt. Dabei wurde ich von meiner kleinen Schwester geschlagen. Zurecht. Zurecht. So. Ähm, genau. Ich bin jetzt fertig und würde jetzt in die Multiplayer-Worlds gehen. Aber da müssen wir noch mal ganz kurz stoppen, ne? Genau. Ich würde sagen... Achso. Du musst mal hier die Charaktere machen, oder? Was nehm ich denn für ne Klasse? Äh. Also ich nehm jetzt glaub ich auch einen Human. Ich bin mal einfach so Standard langweilig. Echt? Na gut. Ich dachte du bist ein Elf. Aber das... Ja du willst mich die ganze Zeit überreden. Ich fangirle doch nur. Dann nehm ich diesen behinderten Elf. Jetzt laufen wir in nem Trio rum, wo zwei hübsche Männer mit nem kleinen widerlichen Zwerg rumlaufen. Also wie freitags. Wie freitags. Das würde euch verpassen. Gut. Ja, ich würde sagen, komm dann nehm ich einfach diesen Standard Elf Ranger nehm ich. Alles klar. Und dann würde ich sagen. Also wenn wir den schon so Standard machen, dann machen wir's so. Sag Bescheid, wenn du ausgerüstet hast, weil dann seh'n wir uns gleich wieder In-Game einfach. Genau, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder. Juhu. Schönes schönes Team. Juppi. Hallo Freunde. Das ist da so süß. Ich bin tatsächlich einen halben Kopf kleiner als ihr als der Zwerg. Ist einfach original, außer dass Rumpel seine französische Baskenmütze nicht auf hat. Ja, genau. Hier, guck mal, was ich hier machen kann. Geil, ne? Du greifst gleich das nächste... du greifst die... Erstmal auf die Kuh drauf, genau. Einfach druff da. Ich will ein Schnitzel. Ach ne, ein Steak. Mist, und ich krieg hier wieder auf die Fresse die ganze Zeit. Oh ja, so sieht's gut aus. Verdammt! Kannst du mich eigentlich hielen? Sound einstellen eigentlich? Boah, guck mal, wie der pulsiert. Natürlich kann man Sound einstellen, das dürfte gehen. Ach, guck mal, wie lustig das aussieht. Kann auch so lustige Sachen machen, wie das hier. Ach, geil. Hast du begrenzte Bogen oder begrenzte Pfeile oder unendlich? Nö, geil. Das ist ja geil. Nö, nö. Ich muss mal hier so ein bisschen den Sound einstellen, damit der nicht zu viel laut ist. Ich greife mal die Fliegen an, wenn ich darf, oder? Du kannst das gerne probieren. Ich unterstütze dich natürlich. Na gut, komm. Okay, komm, komm, komm. Ja. Oh, oh, oh. Das ist ja scheiße, das ist ja fette Scheißhausfliegen. Ja, aber richtig dicke, Alter. Was hast du hier wieder hingelegt? Ach, genau. Die Fliegen sch- Alter, die Fliegen natürlich erstmal zu Rumpel, ist ja klar. Warum eigentlich? Fliegen fliegen dahin, wo es stinkt. Dafür habe ich jetzt zwei XP bekommen, das ist ja wahnsinnig viel. Cool, stimmt. Und davor fünf. Was denn hier mit, also ich habe noch Kuh als Heiltränke, habe ich zwei Stück. Boah, jetzt ist er auf Sarazard drauf. Eigentlich müsste unser Tank immer schön drauf gehen. Hast du mehr Lebenspunkte als hier eigentlich? Ich habe 265 insgesamt. Ich habe 225. Ah. Also ich bin der mit am wenigsten Lebensenergie als Magier. Pulle die Fliegen. Warte, wenn ich das könnte. Nee, nee. Du pullst sie nicht. Eigentlich muss Dings die pullen. Nee, nee. Pullen muss da, warte die. Ich muss die Aggro halten irgendwie. Ja, genau so läuft's. Boah, das läuft ja wie geschmiert hier. Super. Ich kann noch nicht heilen leider. Und der Sarazard receives Artless Iron Fist. Das macht der auch immer abends im Swingerclub. Da kriegt der auch mal die Iron Fist. Hey. So, wir bleiben jetzt erstmal hier auf der Insel und haben Angst oder wie sieht's aus? Finde ich. Ich muss kurz auch nochmal ankündigen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dem Spiel. Ich spiele heute wirklich zum ersten Mal. Ich habe ganz kurz mal angezockt. Und beim Rumpel sieht das genauso aus. Der Gronkh ist natürlich hier schon ein bisschen erfahrener, weil der ja so ein bisschen selber gezogen hat. Aber der macht jetzt einfach ein gutes Tutorial für uns. Jetzt, sag mal, wie heilt man sich? Äh, mit Q, da hast du Heiltränke. Ansonsten muss... Aber hab ich nur 5. Ich glaube, der Magier kann er auch heilen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich ein schlechter Magier bin. Und mit F1 könnt ihr jederzeit die Tastenbelegung einsehen. Das heißt, da steht alles, was man machen kann. Pipapo, tralala. Da ist alles drin, was man erstmal lernen muss. Ability 1 bis 4. Aber ich habe noch keine 1 bis 4 Abilities. Kann man die irgendwie noch lernen? Ich glaube ja. Es gibt später NPC-Dörfern. Soweit ich weiß noch Träne. Aber ich hoffe, ich lehne mich dann nicht zu weit aus dem Fenster, weil so weit bin ich noch nie gekommen. Hm. Aus Gründen. Ich habe ja seit der letzten Aufnahme auch nicht mehr gespielt, leider. Also ich habe irgendwie auf beiden, wenn ich... Huch, wie komme ich jetzt wieder raus? Achso. Wenn ich ja beide... Beide Zauber, also links... Linker Mausklick und rechter Mausklick, dann ist das gleiche irgendwie bei mir. Ich weiß... Ich weiß auch nicht genau... Ich weiß auch nicht genau, was da... Was da nun was ist. Ehrlich gesagt, bei den Zauberdingern. Bei mir... Ich weiß nur... Ich lade hier Schlag auf. Und jetzt zieht, glaube ich, massig was ab. Guck mal ganz kurz, ob ich euch in irgendeiner Form heile? Nee, ne? Huff, warte. Nee, nee, nee. Nee, nicht wirklich, nee. Also ich kann hier so einen Massenshot machen, einfach so was hier so. Brrrrrr. Das ist gut, bei dir ist ja recht... Bei dir ist ja recht eindeutig dann. Was echt cool ist, ist, dass man so leicht in die Schräge geht, wenn man um die Kurbel läuft irgendwie, ne? Das stimmt, der lehnt sich so ein bisschen... Ich finde das schön, dass man auf dem Wasser springen kann. Ja, ich kann auf dem Wasser gehen. Ja, du bist... Ich bin Jesus. Ja, so siehst du auch aus. Der Elf wie Jesus bist, ey. So, hier sind übrigens so... Genau, hier sind so Blümchen, die kann man aufsammeln. Daraus kann man sich später Tränke machen. Heilungstränke und die Pilze natürlich... Darweilt man die auf? Mit E. Einfach mit E draufklicken. Oh, und du musst gucken... Ich würde nicht alles angreifen. Die sind zum Beispiel orange, da ist es... Die sind schwieriger, als die fliegen. Aber die kriegen da doch zu dritt hin, oder? Komm. Das will ich hoffen. Drück Kuh, drück Kuh, drück Kuh! Alter, lauf nicht weg, lauf nicht weg. Lauf nicht weg, lauf nicht weg. Ja, hab ihn. Hab ihn, hab ihn. So, wir werden übrigens angegriffen von einem anderen Vieh hier noch. Guck mal hier. Oh, hier ist der Sargent Rumpel. Der sieht ja wohl nett aus. Der ist ja voll der freundliche. Voll der freundliche Bastard ist das. Juhu! Copperpoint. Äh, Coin. Copperpoint. Das war doch super herausfordernd. So, ich schlöff... Ich schlöff immer ein Tränkchen rein. Hier gibt's ein Gebüsch, hier gibt's ein Gebüsch. Das kannst du auch klein schlagen und Sachen drin. Was ist eigentlich unsere Quest? Unsere Quest ist, glaube ich, erstmal Quest zu finden. Zu finden? Sollen wir hier so einen Baum mal umlegen? Da oben ist ein Laserfreund. Das geht leider nicht. Da oben ist ein Laserfreund. Auf dem Hügel ist ein Lager. Lager ist ja überall, aber die bringen einfach gar nichts. Also du kannst da hinlegen und pennen. Das geht. Da kannst du auch healen. Hey, lass mal machen. Das ist doch voll spektakulär für die erste Folge. Ja. Hinlegen und pennen. Einfach hinlegen und pennen. Oh, jetzt sind wieder Blumen. Und Pilze. Ich sammle einfach alles auf. Genau, genau. Sollen wir mal gucken, was passiert. Komm Rumpel, wir wollen ins Bett gehen. Wir wollen ins Bett gehen. Guck mal, hier sind... Hier kann ich gucken. Kann ich schon mal Pineapple Slice gucken. Und ne Ginseng Soup und die gibt 200 HP. So. Wie macht man das? Hast du schon was? Da brauchst du natürlich die Sachen für. Du brauchst jetzt mal ne Ananas. Genau. Und die hast du noch nicht. Oder Pineapple Slice. Ich weiß gar nicht. Aber warum wird mir das dann angezeigt? Oder eine Ginseng Wurzel. Du kannst da drauf klicken. Und dann siehst du was passiert. Da steht nämlich, du brauchst noch ne Ginseng Root. Zum Beispiel für die Ginseng Soup. Oder wenn du auf Pineapple Slice klickst. Dann siehst du. Und du brauchst noch ein Pineapple. Und dann kannst du erst machen. Wir könnten theoretisch aber ein Wood Cube bauen. Aber wir brauchen noch ne Säge. Was machen wir denn ne Säge? Das ist ne gute Frage. Das weißt du noch gar nicht. Und wir bräuchten noch mal so Flasks. Könnten wir auch mal machen. Äh, hier sogar Wasser. Ah, hier sind die ganzen Formeln. Genau, genau, genau. Wasserflaschen brauchen wir einfach nur. So. Wasserflaschen und diese Blumen. Genau, genau, genau. Also hier, genau. Also immer Blumen sammeln. Immer Blümchen sammeln. Dann haben wir schon mal Heiltränke. Oh, es wird Nacht. Hier komme ich ja aus diesem Menü wieder raus. Einfach weggehen. Einfach weggehen. Mhm, mhm. Aha, mhm. Der Rumpetto. So mal nach oben laufen. Immer nach oben, äh, zum... Hoch, 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 hinaus. Genau. Ich will auf den Gipfel der Welt. Juhu. Juhu. Und noch weiter. Komm, wir machen ein Foto zusammen auf dem Gipfel der Welt. Der Saratzer ist da direkt hochgekommen, ich nicht? Der ist ja auch ein Elf. Ich bin kein kleiner Zwerg. Juhu. Ja. Ich häng hier so in der Wand drin. Der kommt. Wo seid ihr hin? Ich seh euch nicht. Hier, hier, guck mal. Kurzsichtiger Zwerg auch noch. Wir sehen so cool aus. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich seh euch nicht mehr Jungs. Wie geil der raussieht, denn der läuft einfach. Dieser versoffene Zwerg, Alter. Ey, äh, hier. Äh, wixer. Ey, geil. Stell dich mal in die Reihe neben uns. Dann mach mal ein schönes Foto. Jetzt nicht wegbewegen. Einmal schön aufstellen hier. So. Erinnerungsfoto. Ach schön. Ich stell mich einfach ein bisschen weiter nach vorne. Dann seh ich so aus, als wäre ich genauso groß wie ihr. Wow, du bist sogar größer jetzt. Genau. Jetzt bist du viel größer. So, jetzt. Huch. Dann seh ich deinen Arsch in der Kamera. So. Wollen wir mal weitermachen? Wollen wir mal irgendwie ein NPC durchsuchen? Unten rechts auf der Map sieht man schon. Also zumindest im Osten ist das. Also im Südosten. Wir müssen kämpfen. Im Südosten ist ein Weg. Wenn wir jetzt auf den Weg gehen, dann können wir dem folgen. Uah, nicht da runter. Dann können wir dem folgen. Hat man Fallschaden hier? Ja. Demonstriere das doch einfach mal. Ne, ähm. Ich geh jetzt einfach hier wieder runter. Und dann. Hui. Da werde ich jetzt beinahe ganz runter gefallen. Ähm, aber wir müssen einfach noch ein bisschen kämpfen. Wir müssen ja XP sammeln, um hochzukommen, oder? Und uns zu leveln. Ja, ja, ja. Wir können aber erstmal ein Dörfchen suchen. Dann können wir beim Dorf erstmal gucken, was es da alles gibt. Und dann können wir da im Umkreis auch gerne. Wir werden auf dem Weg auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten haben zum Kämpfen, glaube ich. Boah, ich bin gespannt. Also, sag mal technisch, wie läuft das hier eigentlich? Äh, du hast ja hier richtig, ähm, ähm, Welten, die nie aufhören. Also unendliche Weiten, sozusagen. Genau, und alles random generiert. Das heißt, äh, keine Map ist wie die andere. Es sei denn natürlich, die Leute benutzen den gleichen Seed. Äh, denselben. Entschuldigung. Den gleichen? Das ist schon ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ich find's auch extrem geil. Ja. Vor allen Dingen, weil's ja auch dynamische Quests sein sollen und so weiter. Äh, das heißt, es soll ja quasi ein unendliches RPG sein. Du hast ja auch unendlich Level, die du, äh, die du machen kannst. Das heißt, du kannst bis Level 3 Milliarden aufsteigen. Aber... Und der Kong steilt wieder die Rosen wie immer. Diese Minimap ist auch total super, finde ich. Dass man da so ein bisschen Höheninformation auch mit reinkriegt. Ja, du kannst auch mit, mit M kannst die Karte einblenden. Das mach ich auch gleich mal, nachdem ich mir das Herzchen gemacht habe. Das sieht ja geil aus. Das ist auch noch mal ziemlich cool. Cool. Und da kannst du halt mit der, mit der linken Maustaste, kannst du auch noch mal rumzoomen. Rein und rauszoomen kannst du auch. Das ist auch ziemlich geil gemacht. Also ist schon sehr, sehr geil. Ist schon sehr, sehr geil. Huch. Ey, da vorne ist das Dorf, ne? Das wird auf der Karte angezeigt, oder? Was bedeutet das? Wo vorne denn? Wo seid ihr denn? Auf der Karte ist ein Dorf. Ach da. Wird mir angezeigt. Ich seh da noch gar kein Dorf auf der Karte. Ich auch nicht. Da ist so eine Hütte hinten, oder bin ich falsch? Ach so, auf der, auf der großen Map oder was? Nee. Ja, ja, auf der großen Map. Seh ich noch keine Hütte. Ich auch nicht. Aber führ uns mal hin, Saratza. Genau. Oh, Vorsicht, davon ist ne... Oh, die ist weit weg. Das ist sehr weit weg. Was ist da? Oh, da sind drei... Da seid ihr. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hier sind drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ja, aber pass auf, die sind nicht immer nett zu dir. Die Gnolle? Die Gnolle sind nicht grün. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die greifen gleich... Oh, ja, 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 ja. Ich bin da! Lauf, lauf, alter. Oh, das ist... Ich bin gestorben. Saratza ist tot! Saratza ist tot. Rumpi! Ja, ich ook bin, ich bin auch tot. Ihr ist tot! Ja, komm, ich bin wieder da. Juhu. Hallo Rumpi! Ey, die verdammten Scheiß, äh, haben wir jetzt was verloren eigentlich? Ja, Sarazar. Ja, ich bin hier hinten, ich bin hier bei. Ja, da verliert man so sein Inventory oder wie, was passiert? Nee, gar nichts, du respawnst einfach an irgendeiner Statue links um die Ecke. Und dann kannst du wieder zurück. Das wäre sonst mies, weil teilweise, du stirbst ja teilweise auch am Stück einfach mal. Ah, okay. Am Stück? Mit F machst du übrigens Licht, ne? Nur mal so nebenbei. Ach, wie geil ist das denn? Ich gebe eine Taschenlampe. Ne kleine Lampe, hier so ne... Ah, das sieht ja super süß aus. Hallo, ich werde hier heimleuchten. Ich will hier heimleuchte. Ich frage mich aber, ob man mit dem Licht schneller Monster anlockt, weil die sehen dich dann ja eigentlich auch schneller. Aber das ist ja noch eine Alpha auch, ne? Ja, ja. Und trotzdem schon so geil. Ich glaube nicht, dass die da was haben, oder? Ähm... Ich habe Alphas gesehen, die hatten irgendwie einen Bruchteil von dem, was das hier hat. Ja, ja, ja. Stimmt. Hier würde ich auch mein Lagerfeuer. Sollen wir jetzt hier schöne Homo-Action im Zelt machen, oder was? Ich geh mal, ich geh mal weiter. Nee, ich kann die gerne machen. Mach das mal mit dem Elf. Was denn? Komm zurück! Komm zurück! Vor allem mit dem hässlichen Zwerg da. Ja, echt. Ey, was denn? Da kannst du einmal durch die Zahnlücke lutschen. Ey... Standgebläse halt, ne? Boah! Da haste Plack am Penis, das geht nicht. Ah, hier ist so eine Statue, ne? Der ist aber nothing special. An der respawnst du einfach nur, wenn du tot bist. Der ist nothing special. Aber es ist ein Engel. Es ist ein Engel. Sie ist wunderschön und so groß. Hol den Zwerg vom Engel. Hol den Zwerg vom Engel. Warte mal, ich sammel hier grad mal Blumen ein, damit wir hinterher Tränke machen können. Und Tränke sollten wir natürlich... Ich will auch Blumen haben! Verdammt. Tränke werden natürlich hinterher fair und ehrlich aufgeteilt. Oh, ich hab hier was, ich hab hier was. Ein Terrier. Soll er Terrier angreifen? Das ist ein Zwerg, das ist ein Zwerg, das ist ein Zwerg. Guck mal. Hier ist ein Terrier. Die Terrier können wir angreifen, der ist grün. Nein, grüne würde ich nicht angreifen, grüne sind nett. Und vor allen Dingen kannst du Terrier auch tamen. Du kannst dir später Petze und sowas sammeln. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Hey! Bei mir ist der übrigens orange, also so bräunlich, gelb. Braun ist er schon, aber jetzt gelb nicht. Achso, nö, ne. Aber, ne. Aber, ne. Aber, ne. So, ich möchte jetzt mal was kämpfen hier. Ich will Action. Action, Action, Satisfaction. Alter, ich... Nicht immer nur Blümchen holen. Ich kämpfe jetzt mit nem Busch. Ich auch. Ich renne den an. Ist das der George? Der W. Alter! Da sollten wir nicht weiter gehen. Guck mal nach vorne. Komm ich renne den an. Nein, bist du bekloppt! Und renn weg. Okay, schieß den mal an. Schieß den mal an. Komm, schieß den mal an. Mich hat schon mal einer erwischt. Okay, komm, wir laufen. Komm Rumpel, wir laufen weg. Der Saratz hat das Problem. Der Saratz hat das Problem. Hilfe! Ihr miesen Kameraden-Schweine. Wir können doch jetzt weiter angreifen, während der läuft, oder nicht? Ja, genau. Ja, aber dann kriegen wir die Aggro. Boah! Junge! Ey! Geilo! Komm, haut drauf! Hau drauf! Wenn wir den platt kriegen, das ist die Nummer 1. Dann kriegen wir nicht platt. Das kannst du knicken. Uiuiuiui! Da geht nicht mal was. Da geht wieder ein Stück. Uiuiuiui! Uiuiui! Krieg mal Hilfe! Uiuiui! Alter, ich hab mehr geholt! Vorsicht! Nein! Alter, was? Und die sind auch rot. Alter! Geh weg! Alter, lass die stehen! Der Saratzer, Alter! Wie kann man schnell laufen? Wie kann man schnell laufen? Mit Shift! Ach ja! Wo ist denn der Saratzer? Ach, da wo die Monster sind. Boah, hier ist voll die Action! Hier ist ein Beetle, oder was? Hier ist eine freundliche Gruppe, aber die haben, glaube ich, keine Chance. Und da müssen wir helfen. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Aua, 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 aua! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Wo seid ihr? Ich bin hier ganz allein! Ach, wir machen noch 100 Meter Lauf! Da ist noch einer hinter mir! Ja! Rumpel! Ich bin hinter dir! Ich helfe! Hallo! 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 Geil! Boah, sechs Hits! Aua! Boah, ich hab noch sieben Lebenspunkte! Jetzt verbrauch ich alle meine Tränke! Ich lauf mal zu euch! Und bring die Beatles mit! Boah! Boah, 36! Was für ein Schwein! Boah, die lassen auch nicht ab! Was haben die denn für eine Aggro, Alter! Sollen die nicht mehr auf die Hände zu rennen? So, ich lauf mal kurz zum Saratzer! Ich glaub, wir sollten auch zusammenbleiben! Aber ich... Irgendwie bin ich jetzt... Da ist der Saratzer! Ich bin bei dir! Aber da ist der hinter mich her! Lauf, lauf! Du hast auch noch den mitgebracht... Hilfe, der zu sein hinter mir her! Greif an, Rumpi! Ja, hab ich gemacht! Aber irgendwie ziehe ich dem überhaupt nichts ab! Ich finde, wir sind so eine richtige Abenteuergruppe, von der später Sagen und Helden berichten werden! Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Der ist hinter mir her! Kommt zu dritt auf diesen Scheiß Beatle! Das muss doch irgendwie... Nein, Alter! Wir haben den gerade mal einen Fitzel abgezogen! Das wird nichts! Das kannst du knicken! Der ist rot! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Warum hab ich den Rumpel nur gerettet? Ja, das weiß ich auch nicht! Ey, ich rette dich auch die ganze Zeit! 17 Hits! Ich hab dem gerade 17 abgezogen! Der ist hinter mir her! Hilfe, ich mach die Taschenlampe aus! Oh nein! SOS! SOS! Warum helfe ich überhaupt? SOS! Ey, ich krieg den schon immer! Hilfe! Ey, der ist jetzt beim... Komm! Komm! Ich streite meinem Rumpi ab! Das geht aber nicht! Hilfe! Ich treff den immer! Ich treff den immer! Alter, den machen wir null Schaden! Das ist ja ein Witz! Also die roten sollte man vielleicht doch erstmal lassen! Ja, ich glaube auch! Ich kann ihm zwar was... Jetzt ist er! Jetzt ist er! Nein! Nein! Lass doch mal an, du Blödmann! Alter Schwede! Yeah! Das ist echt super! Ich glaube, da hinten ist eine Abenteurergruppe! Die könnten uns eventuell helfen! Da hinten auf dem Berg! Oh! Sari, komm mal... Komm hier mal kurz hinterher, Sarah! Ja! Sarah! Komm mal! Ich renne dir hinterher! Ich renne dir hinterher! Ich bin... Ich renne dir hinterher! Die Langhaarige in der Gruppe ist immer das Mädchen! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier ist ein Human! Ach, der greift mich auch an! Scheiße! Alter! Was ist denn das hier? Der ist auch rot! Ah, was? Der hat sogar ein Schwert! Vergiss! Boah! Ah, den kann man tatsächlich platt machen, ja! Ah! Nein! Ich bin schon wieder tot! Alter! Ich habe jetzt gerade Gronkh angegriffen! Tut mir leid! Nein! Gibt es denn einen Friendly Fire? Alter! Ich treffe den gar nicht, weil der immer... Boah! Ah! Ich hatte da eine schnelle Waffe! Alter! Wie heftig ist das denn? Ey! Mach ich den jetzt alleine? Boah! Geil! Der ist sofort weg gewesen! Hau drauf! Mach ich auf! Also für die, die jetzt meine Perspektive sehen wollten... Entschuldigung! Alter Schwede! Er revive! Okay, wir müssen noch viel lernen! Huuuaaaaaah! Noch viel lernen du musst! Waaah! Alter! Hier gibt's ja... Nein! Da hat er mich erwischt! Ach Alter! Double KO! Wir haben uns gegenseitig gekillt! Geil! Geil, Alter! Wo seid ihr? Jetzt bin ich... Äh... Ja, irgendwie sind wir verstreut jetzt! Ich lauf grad dem Sarazah hinterher! Ja, und ich bleib jetzt stehen! Bist du tot? Okay, ihr seid im Süden! Ich bin eigentlich zum Gronkh gelaufen! Aber da oben liegt noch irgendwas! Irgendwie noch ne Beute, die wir nicht durchgenommen haben! Ja, die Copper Coin! Vom... Von dem Typen grad! Der Humanist Geschichte! Oh nein! Alter! Ich hab aus Versehen grad meinen Heiltränke genommen! Nein! Ich bin bei den Beatles wieder! Nein! Alter! Wir sind richtig gut! Alter! Wir sind richtig gut! Ja, vor allem ist es so cool! Alter, ich seh nichts! F! Nicht vergessen die Lampe einzuschalten! Alter! Ich hab grad aus Versehen meine Heiltränke genommen! Wie komm ich denn jetzt hier runter? So Sarazah! Du bist doch hier irgendwo in der Nähe! Wo bist du denn? Ja, ich bin hier! Oh Sarazah! Oh ne Heiltränke! Da hinten leuchtet was? Ist das einer von euch? Ey, die Heiltränke auf Q ist aber auch doof! Weil da kommst du ja andauernd mal drauf! So nebenbei! Wenn du einfach gerade ausgehen willst! Ja, das hilft dir aber! Hier ist aber so ein Weg! Führen Wege zu irgendwelchen Dörfern eigentlich? Jaja, genau! Die Wege verbinden Dörfer und Locations sozusagen! Ah, ich seh den Gronkh! Ja, ich versuch grad zu euch zu kommen! Ich musste grad den Berg runterklettern irgendwie! Boah, wann wird's denn endlich Tag hier? Hier ist irgendwie ein Lager! Lass uns mal bei dem Lager irgendwie resten oder sowas! Dann können wir ja so ein bisschen... Ja, vielleicht machen wir da mal ne Folgen-Port! Wollen wir da mal in Peace resten? Wollen wir da mal in Peace resten? Ja, dann kommt der Gronkh noch hier hin! Ich komme! Ich bin schon fast da! Ach, das ist doch das Lager beim Tunnel! Das sind wir richtig weit gekommen hier! Das ist doch ne Höhle hier! Guck mal! Ich finde, ich finde... Da fühlts ganz tief rein! Also einer von euch... Was denn hier? Äh... Geil! Warte, da sind wir rausgekommen! Das ist die Höhle, wo wir rausgekommen sind! Ach so, schade! Die sah beim Dunkeln irgendwie anders aus! Hier sind wir rausgekommen? Ja! Das ist mal durchgegangen! Das ist nur dieser Untergang! Tatsächlich! Einer von euch muss mal seine Gitarre für so ne Lagerfeuermomente auspacken! Irgendwie! Ja, machen wir! Machen wir Rumpel! Nicht! Genau! Zupfen euch dann was! Ach cool! Haben wir Mondschein? Oh, aber die muss ich mal... Die muss ich erst stimmen! Die liegt hier schon ein bisschen... Boah! Boah! Da geh ich lieber zu den Beatles, alter! Oh my god! Ja, die muss jetzt über stimmen! Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge! Könnt ihr euch noch ein Zwitscherchen vom Rumpel freuen? Ähm... Wer ist das denn? Mima! Eine Witch! Die ist... Rumpels Oma! Ist dabei! Ich habe mein eigenes Haus! Alter, die hat... Eine geile Warze hat die auf der Nase! Kann ich die töten? Soll ich die töten? Nein, nein, nein! Die ist lieb! Die ist lieb! Die tut immer nix! Aber eine Hexe ist doch nicht lieb! Ach klar! Die sieht aus wie Gretel! Die hat Gretel und auf dem Gewissen! Und Hänsel! Folgt die uns jetzt? Glaube ich nicht! Wie kann man jetzt eigentlich hier... Wie kann man jetzt eigentlich hier... Wie kann man resten? Wie kann man resten? Äh, nur mit Schlafsäcken! Hier können wir gar nicht resten! Ach so! Ja! Lass mich in Ruhe! Wir können mal eine Folgenpause machen! Und dann mal gucken, wie wir morgen heldenhaft weiter agieren! Mit unserer... Mit unserem kleinen Heldentrüppchen hier! Juhu! 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 Ist ein bisschen so episch wie bei Herr der Ringe! Ich finde, wir sind schon richtige... Die Gefährten sind wir einfach! Juhu! Dadadada! 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 So! Yuiui, Yisterime! Oder wat die alter da sagt... Keine Ahnung... So! Jetzt schlafen! OK! Gute Nacht... Gute Nacht... Bis morgen.. Tschüss! Gute Nacht, John Boy! Schlafen Pumpe! Bis zum nächsten Mal.